Die Ukraine benötigt nach Worten von Präsident Volodymyr Zelensky schnellere Waffenlieferungen und neue Waffentypen, um russischen Angriffen standhalten zu können. In Donetsk sei die Lage sehr schwierig angesichts der anhaltenden Attacken, sagte Zelensky in seiner abendlichen Audiobotschaft am Sonntag. Insbesondere die Städte Bachmut und Wuleda seien weiter dauerhaftem russischen Beschuss ausgesetzt. Außerdem gab es auch Angriffe auf die Metropolen Tschakiv und Kherson. Es gäbe ständig Versuche der Russen, die ukrainischen Verteidigungslinien zu durchbrechen, sagte der ukrainische Präsident. Russland wolle den Krieg verlängern und die ukrainischen Streitkräfte erschöpfen. Also müssen wir die Zeit zu unserer Waffe machen. Kiew müsse die Ereignisse beschleunigen, die Geschwindigkeit bei der Lieferung westlicher Militärgüter müsse erhöht werden, so Zelensky, der sich zugleich optimistisch zeigte. 2023 muss und wird definitiv das Jahr unseres Sieges sein, betonte er. Zelensky hatte am Vortag gesagt, dass die Ukraine Raketen mit längerer Reichweite benötige. Kiew wolle da mit russischen Angriffen auf ukrainischen Siedlungen und Zivilisten zu vorkommen. Die Ukraine brauche ATACMS-Raketen aus US-Produktion, die eine Reichweite von 185 Meilen, also 298 Kilometer hätten. Washington hat es bisher abgelehnt, solche Waffen an die Ukraine zu liefern. In der östlichen Großstadt Tchakiv traf Behördenangaben zufolge eine russische Rakete ein Wohnhaus. Nach aktuellen Informationen ist eine Person durch den Einschlag einer russischen Rakete in einem Wohnhaus ums Leben gekommen, schrieb Gouverneur Oleg Sünehubow am Sonntag auf Telegram. Weitere Verletzte würden behandelt. Die Rakete sei im zentralen Stadtteil Kiew eingeschlagen. Ersten Hinweisen zufolge handele es sich um eine C-300-Rakete. Angaben zu Verletzten und Schäden legen noch nicht vor. Laut einem Reuters-Foto steht das Wohngebäude in Flammen. In Kherson waren zuvor durch russische Luftangriffe drei Menschen getötet worden. Kherson war Mitte November von den ukrainischen Streitkräften zurückgeobert worden, wird aber von den russischen Streitkräften weiterhin vom linken Ufer des Flusses Dnipro beschossen.